So, willkommen bei einer weiteren Folge oder bei der nächsten Folge. Wir müssen jetzt nochmal mit unseren Gegnern da klarkommen, die wir in der letzten Folge von oben runtergeholt haben. Wir haben noch eine Rechnung offen, ne? Genau, eine schleimige Rechnung irgendwie. Eine schleimige Rechnung, eine Fireball schleimige Rechnung. So, ich brauch noch mehr Eisen. Ich hatte irgendwo hier vorne noch Eisen drin. Da ist noch Eisenerz, da sind die Hosen, da ist Eisen. Ich nehm mal von der Insel oben, nehm mal ein paar Eimer mit und guck mal, was da Zeug, ob ich das überhaupt mitnehmen kann. Warum mach ich das dann so dumm, dass das so... Nein, nein. So, bei super Wetter. Ich hab einen Creeper bei mir. Ich hab einen Villager bei mir. Ich hab einen Creeper bei mir, direkt von raus zu stehen. Ah, ja, wo du es sagst. Ich hab keine Waffen, aber das ist mir jetzt auch egal, das muss funktionieren. Ah, ja, hier liegen auch überall einfach mal Grabsteine vor unserer Haustür. Goldnugget? WTF! Einfach mal einen Blitz in den Dings eingeschlagen. Hallo, Mo. Direkt bei dir, ne? Ja, Mann. Hab ich gerade gesehen. Das Lack... Nein! Geil, geil, geil! Ich hab Mystic Seed bekommen. Oh, meine Phoenix-Feder. Okay. Der Blitz ist gerade in mich eingeschlagen. Und ab in Flames. Äh, ja, weißt du, was bei mir war? Ich hab, äh, dieses, äh, komische blaue Gras, ne? Ja. Das war auf einmal golden und ich hab ein Goldnagel draus gekriegt und, äh, so'n Scheiß, aber auch alles um mich herum ist irgendwie ein bisschen chaotisch gelaufen in der kurzen Zeit. Und ich hab auf jeden Fall jetzt einen Seed, womit ich so das blaue Gras anpflanzen kann. Könnt's sein, dass man das doch irgendwie, äh, haben kann, das Zeug? Das kann ich dir grad noch nicht so sagen. Mystic Seed. Aber diese goldenen, da sind da was Besonderes drin. Ja, das hab ich jetzt auch. Boah, ey, ich komm mal nicht mal in mein Haus hier rein, wir wurden da alle verarscht gerade. Ist das hier Monster-Sommelstation, oder? Alter, aber es schlagen auch Blitzer ein. Ja, was für... Wonach wir auf jeden Fall mal schauen müssen? Oh mein Gott, ja, danke. Danke. Ja, du hast einen, wir durchleucherten, einen Vorgarten mit einem Creeper, der zaubert war. Ja, ich steh schon. Ich steh inzwischen oben. Ich weiß gar nicht, was für einen Buff jetzt auf mir hat. Ach, cool. Ja, genau. Ein böser Gegner, der mir einfach unter Wasser Atmung gibt. Das ist irgendwie lustig. Du musst deinen Vorgarten nochmal überarbeiten, der wird irgendwie... Ach. Du hast nur noch Eisen, ne? Oh, hier müsste auch nochmal Erde ausgebessert werden. Das ist, äh... Achso, äh... Ja, ich muss mal... Ich hab so viel Mist gerade im Inventar. Ja... Und Wasser hier da. Hast du wenigstens was zu essen? Du hast irgendeine Kiste, hab ich dir erst gelassen, glaub ich. Alter, die Bäume standen so nah aneinander, dass die jetzt einfach alle in so einer Schneise explodiert sind, als ich die mit der Axt abgebaut hab. Was? Ich hab aber jetzt gerade nichts. So, und das funktioniert? Also ich dauere es mit unserer Rechnung, mit dieses Mal wieder nichts. Doch, diese Folge klappt das. Ich habe nämlich ungefähr zwei Stacks Holz und mach mich jetzt am Weg. Sorry, ich hab noch gar nichts. Ich hab weder Werkzeug noch Sonstiges. Du darfst mich jetzt schützen. Mit Pfeil und Bogen. Das tut mir leid. Du, hast du einen Bogen? Hast du einen Pfeil? Ich habe noch 28 Pfeiler und ich hab eigentlich auch einen Bogen. Ja, warte dann. Da renne ich weg. Komm mal runter. Komm mal vor die Haustür. Äh... Lochbacher ist schon mal schöner. Sehe ich nicht. Regen ist doof. Ich kann unter Wasser atmen, das bin ich gerade ein bisschen amüsant. Der böse Gegner hat mir gerade unter Wasser Atmung geschert. Als Buff. So, Loch ausgebessert. Oh, danke. Du hast Pfeile im Kopf, hab ich sehe ich da gerade hier. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht mehr verteidigen. Ich hab nämlich jetzt kein Kram dabei. Ich hab auch nur Pfeil und Bogen. Und mehr hab ich gar nicht mehr. Äh, essen hab ich auch nicht viel dabei. Ich hab gar nichts. Vielleicht erlege ich jetzt nur mal eben ein Schwein. Dann kriegst du aber nur ungetoastetes Toast. Ja und? Ich bin da bis 50 gerade geworden. Ah, was hat... Jetzt würd ich gerne mal abrufen. Ich bin zu oft gestorben, ich bin Level 1. Das hast du gesehen, ne? Nimmst du noch mit? Ist ja schön. Ich hab's nicht gesehen. Aber ich hab's dann tunkeln hören und gesehen. So, das ist unsere Insel. Dann müssen wir jetzt mal ganz schnell... Ich habe ja Holz. Ich habe viel Holz. Äh, Eichenholz. Eichenholz. So. Das muss reichen. Ich hab auch kein Essen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich einfach... Auch nicht. Kurz hin. Umrahmen. Du musst mir nur Feuerschutz geben, falls die Viecher mich jetzt angreifen. Ich mach's jetzt doch auf eine noch viel provisorischer Art und Weise, als ich es eigentlich machen wollte. Nein, die springen da rüber. Nein, die brauchen drei Höhe? Schande, dazu seid ihr im Schande. Ja. Ich schwimm hoch. Ich geh den Text grad nicht mehr weiter, aber ich kenn das Lied. Nein. Ich schwimm hoch und stell die Scheiße ab. Ich nehm noch meine Proben mit, die ich noch mitnehmen wollte. Alter, hörte mal auf. Geh weg. Ich will doch nur... Lass mich doch... Oh mein Gott, die sind so viel schneller, als ich in dem Scheißwasser. Oh mein Gott, da kommt noch einer raus. Taktischer Rückzug, weil ich diesen Scheiß hab. Einen Stern. Einen Scheiß. Nein. Nein. Nein, dann kommt einer... Alter, wie schnell seid ihr bitte schön. Ich kann nicht... Ich darf jetzt nicht sterben. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Ich bin viel zu jung. Ich bin viel zu jung. Und? Nein. Spitte! Boah, lass mich doch mal alle in Ruhe scheiße. Ich will doch da eigentlich nur hoch. Ich hab mich nicht zu essen. Kein Problem. Taktik B. 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 Ya, ich baue mich jetzt nochmal mit Holz unten drunter. Weil ich kann da nicht hochschwimmen, weil da kommen immer wieder neue. Mega krank! Alter, müsste man richtig... Also man kann das nochmal machen Aber ich würde das dann halt so machen Dass wir vorher fast schon ein Gebäude unten hinbauen mit 5 Maul Höhe oder so Ja, dann müssen wir wenigstens noch Wir haben das da... Alter! Von wo? Das kann nie im Leben jetzt ein Sniper gewesen sein Loberschleim, Loberschleim Ich hab ne Axt Was hast du? Endermann, zwei Endermann So Meine Eimer schnell hierhin Ich will jetzt blaue Wasser haben Was sich wirklich nicht zusammenzieht Es ist trotzdem nur ein Wassereimer Was ist das? Oh mein Gott! Das ist glaube ich ein Fehler Hier runter zu jumpen Was ist das? Was ist das? ich bin von denen über ihre mauer geschubst worden und hänge in einer schlucht daneben bin runtergefallen habe tausend buffs gerade auf mich drauf gekriegt ich weiß nicht ob die positiv oder negativ waren und ich habe jetzt alle bei mir drüber warum ich aus meiner super coolen tier spitzsackel die ich hier habe ich habe hier ganz viele schäume das wasser muss erstmal weg und dann machen wir gemütlich die die schleime weg bei zeiten falls du mal langweilig hast hast du gerne immer schleimer in deinen folgen beseitigen ich höre sie nachfolge 7538 wir machen schon wieder schleime jetzt auch nicht was mir schleime ich habe mich zu futtern und hauptsache dass ein bogen auf dem rücken du bist mein held ich habe keine waffe ich schlage mit meinem bogen mit meiner spitzhacke langsam fließt das wasser ist jetzt weg wir können ein theoretisch können wir noch überziehen dann zwar zwei minuten oder so denken wir das jetzt kurz machen wobei ja es geht sogar so ich habe bloß kein essen musst du essen nö ich will schon schwein ich habe noch nie einen schleim mit blumen umgebracht aber es geht langsam aber es geht ja weil die ja spitzhacke frisst wie zu viel ich glaube ich war mir lieber ein holzschwert gerade mal machen wir mal eins mit muss meine dia spitzhacke nicht so verbrauchen die frisst zu viel im kampf und ich weiß nicht ob sie wirklich stärker ist wie viel brauche ich denn dann könnten ja schon drei holzstücke reichen wobei dann machen wir das ding jetzt auch weg machen wir es alle trotzdem nichts zu essen das ist ich habe ja nicht tausend holz gehabt oder so ein crafting table sticks crafting table aufbauen ich habe sogar ein steinschwert und wir uns beide jetzt mal herkommen hier ist jetzt nicht so ganz hinter dir ich habe ich habe hier verbechert ich muss mal eben schweine das ist jetzt mega eng habe ich nur noch fünfe und halb herzen du hast auch nur noch acht okay die sind ja fast tot hier das ist sehr gut dann können wir auch hier noch welche unten oh mein gott wieso ist das mal von anderen taste nein so ein schleim drin den kill ich noch mit genuss das lassen wir erst mal als man mal so stehen ich würde mich begeben zu mir so ein schleim wirklich normales wasser und wird mal austesten ob ich daraus normale wasserquelle bauen kann es ist normales wasser da oben war es aber nicht normal ganz viele eimer die mir eigentlich nichts bringen aber ist egal jetzt habe ich gefühlte einmal ja kann ich ja nächsten wobei zeiten ausmachen so ich würde trotzdem gerne wissen wie man an diese weiteren mystic seeds kommen sollte weil die sind ja schon cool also zum blaues gras selber pflanzen könnte das wäre schon hammer ich möchte das jetzt weiter abbauen passiert nicht was ich probiere verschiedene werkzeugen durch ja ich habe auch schon überlegt schweinefleisch erstmal essen schweinefleisch aber leider die chancen zu verdichten das ist mehr gefährlich eigentlich was tun weil einmal hirne gefressen also verrundes fleisch so herr und krepper sind überall grafsteiner von dir so dann sag ich an dieser stelle schon mal schweinefleisch danke basti dass du dich mit mir zusammen in tss gemerkt hast ich freue mich auf den folgen kurz mal angucken immer mal wieder um zu sehen was du gemacht hast ich hoffe ich habe zu reden dass ich mir das vorstellt wenn du was basteln ich baue mal direkt hier neben diese wieder statt noch schnell ein whiteboard ich nenne es ist ein whiteboard ist ein whiteboard ist ein grund warum es ist ich mache an dieser stelle war schon mal schluss über sein whiteboard zu entbauen ich stehe jetzt mal im gebäude kokosfenster mit einer schönen blumen in der hand naja dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal dann ja ich baue mein whiteboard zu ende fast zu ende ich habe natürlich nicht genügend weißes material so leute dann seht ihr bei mir jetzt noch die letzten sekunden zack 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 so whiteboard ist fertig das brauche ich sogar mal so dass es dann wirklich einheitlich aussieht zack da kommen wir dann aber schilder dran gut ich laufe noch kurz an meinen standard spawn so so war doch mal ganz cool mit dem basti dabei mal schauen was wir in der nächsten folgen so machen ich habe jetzt meine erste hauptaufgabe geschafft die ich mir gesetzt hatte und die nächste wird erstmal ein eigenes gebäude sein das ist zwar mit eigentlich stein verbunden ich werde wahrscheinlich erstmal die erste den ersten bereich welchen eingangsbereich irgendwie so daneben setzen von da kommt hier übers wasser ich weiß noch nicht genau jetzt erstmal noch fleisch in den ofen packen ein paar gehirne fressen und ja danke fürs zuschauen auch noch mal von meiner seite an dieser stelle vergiftet natürlich und ja ich denke die nächsten folge werde ich dann auf jeden fall wieder alleine sein es sei denn ich werde den jan noch mal kurz begrüßen dürfen für seine erste folge oder so das wird auch nicht so lange sein dieses internet so wie jetzt mit basti wahrscheinlich um und ja dann sehen wir uns beim nächsten mal danke fürs schauen tschau tschau tschau